Es steht ja im Titel, deshalb machen wir es kurz. Wir gehen zu Funk. Das heißt, dass wir ab Sonntag zum Content-Netzwerk von ARD und ZDF gehören. Zu dem Anlass wurde uns ein Mikrochip in den Nacken gepflanzt und unsere Skripte werden uns jetzt straight von Merkel diktiert. Scherz, trotzdem ändert sich einiges. Unsere Videos werden zum Beispiel etwas besser aussehen. Angefangen mit dem Intro. Wir werden mehr Zeit in YouTube stecken können und unsere Videos werden aufwendiger. Wir haben neue Teammitglieder, die uns zum Beispiel mit dem Editing helfen. Der Aufbau und unsere Art bleiben aber dieselben. Und wir behalten natürlich unsere Freiheit. Wir können weiterhin alle möglichen Themen behandeln und kritisch nachhaken und sind ab jetzt völlig unabhängig von Sponsoren. Es wird keine Werbung mehr auf dem Kanal geben, weder über AdSense noch auf den Endcards. Euer Support auf Patreon hat uns wahnsinnig geholfen und wir sind jedem einzelnen Patron sehr dankbar. Aber auch auf diese Unterstützung sind wir jetzt nicht mehr angewiesen. Es gibt im Zweifel viele andere Creator, die eure Unterstützung verdienen und sie wirklich brauchen. Wenn ihr uns dennoch weiter unterstützen wollt, unser Patreon und unser Discord-Server gehören ab jetzt zu Reezy, unserem englischen Kanal. Als Patrons würdet ihr uns dabei helfen, den neuen Kanal aufzubauen und unseren Traum von englischen Videos zu verwirklichen. Vielleicht können wir dann auch mal einen Sprecher einstellen, damit ihr euch meinen grausamen Akzent nicht mehr antun müsst. Apropos, auf Reezy haben wir just ein neues Video veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine Neuauflage eines sehr alten Simplis zu der Psychologie hinter Pikachu. Das hier ist das letzte Mal, dass wir unsere anderen Projekte hier bewerben können. Deshalb checkt unbedingt Reezy und das neue Video ab, bevor ihr es vergesst. Von uns kriegt ihr keine Erinnerung mehr. Da wäre auch noch 2BotGuys, unser geliebter Zweitkanal. Die Entscheidung zu Funk zu gehen hatte natürlich viele Faktoren und wir haben uns das lange überlegt. Auf 2BG haben wir die Entscheidung noch mal ausführlich durchgesprochen, damit ihr alles nachvollziehen könnt. Wir wollen eventuell demnächst auch einen Podcast starten, von dem hört ihr dann ebenfalls exklusiv bei 2BotGuys. Also bitte schaut auch da einfach noch mal rein. Alle Links sind in der Beschreibung. Für euch ändert sich hier ansonsten nicht wirklich viel. Wir veröffentlichen jeden Sonntag ein neues Video, ihr hört weiter unsere Stimmen und unser Content bleibt gleich. Ihr findet unsere neuen Inhalte dann auch auf der Funk-Website und unsere Videos kriegen etwas Funk-Branding. Nächsten Sonntag geht es schon los mit einem 10-Minuten-Plus-Brecher. Wir freuen uns auf das nächste Kapitel. Es wird richtig, richtig nice. Und Simplicissimus wird besser denn je. Cheers! 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 Bis zum nächsten Mal.